Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu 5 Transfers für und heute geht es mit dem Team weiter, welches mir meine Suche nach 5 Spielern fast schon schwer macht, weil man schon transfertechnisch früh dran ist und seine Hausaufgaben schon früh erledigen will. Und das ist Hannover 96. 96 eine Mannschaft, die mal wieder vor einem Jahr sich viel vorgenommen hatte, mal wieder einen Umbruch gemacht hat und mal wieder hat man von seinen Zielen von vor einem Jahr relativ wenig erreicht. Zwar konnte in der Liga der Abstieg verändert werden, das wäre natürlich der Super-GAU gewesen, viel mehr aber auch nicht. Es gab eine gute Pokalsaison, aber natürlich war man in der Liga trotzdem enttäuscht von den Gesamtleistungen. Deswegen gab es ja auch zwei Trainer, weil eben nicht allzu viel funktioniert hat. Ab Sommer übernimmt dann Stefan Leitl das Traineramt und soll es dann mit Sportdirektor Markus Mann ein erfolgreiches Duo für die Zukunft bilden. Und das Wort Zukunft ist hier ganz wichtig, wenn man in beiden Zeit gibt, kann das auf jeden Fall gelingen, meiner Meinung nach. Vor einem Jahr habe ich ja schon gesagt, dass ich Hannover mit cleveren Transfers, aber eben auch dem Faktor Weitsichtigkeit durchaus zutraue in ein bis zwei, vielleicht sogar drei Jahren. Im Bundesliga-Aufstiegskampf eine wirklich gute Rolle spielen zu können. Klar, dieses Jahr wurde es nix, aber vielleicht dann in den nächsten ein bis zwei Jahren. Denn bei Neuzugängen wie Kunze oder auch Neumann und meinen weiteren fünf Vorschlägen kann schon in der aktuellen Saison wieder etwas weiter nach oben geblickt werden. Während dem Tor hinter der Nummer 1 Ron-Robert Zieler, Leo Weinkauf weiter aufgebaut werden soll, hat man sich ja rechts hinten bereits mit Phil Neumann verstärkt. Ein richtig guter Transfer. Da man mit Seymour Hoja ja schon einen wirklich starken rechten Verteidiger hat, ist damit auch ein System mit Dreieckette möglich. Phil Neumann ist ja ein flexibler Spieler, kann da auch wunderbar als rechter Innenverteidiger spielen. Unabhängig davon braucht es auch Verstärkungen noch für die linke Abwehrseite. Niklas Hult wird gehen und auch Philipp Ox, der da ja spielen kann, verlässt Hannover. Gesucht ist damit mindestens ein Neuzugner mit Stammplatzpotenzial und da sehe ich am besten Jamilo Collins für geeignet. Der 27er bringt nämlich genau die Qualität mit, Hannover direkt zur Verstärkung und ist zudem auch noch ablösefrei zu haben. Beim SC Paderborn wurde der Ligerianer bereits verabschiedet, im Sommer wird somit der Vereinswechsel folgen. Für 96 ist es auf jeden Fall ein sinnvoller Transfer. Collins kennt die Liga, ist günstig zu haben und vor allen Dingen ein offensiv starker Außenverteidiger. Genau das brauchten wir nämlich im System von Stefan Leitl und genau das bekommt Hannover dann mit Jamilo Collins. In der Abwehr muss Markus Mann aber auf jeden Fall auch noch einen weiteren Innenverteidiger an Bord holen. Marcel Franke geht, Börner und Kreinz sind potenzielle Stammspieler. Wenn Lampte einen neuen Vertrag bekommt, hat man da noch ein weiteres spannendes Talent. Aber halt auch nicht mehr. Durch Neumann ist man zwar flexibel aufgestellt, in der Viererkette sehe ich den Kieler aber dann doch schon klar rechts hinten und nicht als Innenverteidiger. Zwar ist man auch bereit für mehr Etat den Kader halt aufzupäppeln, wirklich hohe Ablösesummen, möchte man wohl aber auch nicht zahlen. Und da passt dann ein möglicher Leihspieler perfekt rein, wo man eben halt nicht zwingend eine Ablösung bezahlt. Und das könnte Frederik Jeckel sein. Dein und Zanzredik ist aktuell von Elbe Leipzig zu KV Ostende nach Belgien verliehen und ist dort Stammspieler und entwickelt sich wirklich gut. Im Sommer folgt dann wohl der Schritt zurück nach Deutschland. Mehrere Erst- und Zweitligisten sind am deutschen U21-Nationalspieler auch interessiert. Hannover wurde ja bisher noch nicht wirklich genannt, aber der Zwischenschritt, zweite Liga, ist meiner Meinung nach perfekt für Jeckel. In der Bundesliga sehe ich ihn ehrlich gesagt noch nicht. Und selbst wenn man bei so einem Laie-Deal, der keine Kauffunktion aushandeln kann, was ja für viele Fans auch meistens in Bedingung ist, hat man ja an der Laie von Maxi Bayer gesehen, dass auch solche Deals echte Verstärkungen sein können. Blickt man auf Leithills meistgespieltes System, das 4-3-1-2, fällt ja auf, dass man weniger auf Flügelspieler setzt und mehr auf zentrale Mittelfeldspieler. Und das passt ohnehin gut zum Kader von 96, weil man eben relativ gut Zentrumspieler hat, aber relativ schwache Flügelspieler. Klar, Lindenmeiner, Sebastian Stolz, Maximilian Bayer, Meiner geht. Bayer sehe ich in der Doppelspitze und Stolze kann halt offensiv flexibel agieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass bei Abgängen von Dimas, Kaiser und Franz auf jeden Fall zwei neue Spieler her müssen. Da reicht auch nicht nur einer, da müssen zwei neue her. Und der eine ist ja wirklich auch schon sehr wahrscheinlich, hört auf den Namen Max Besuschkopf. Ein Transfer soll er ohnehin schon kurz beforschen, deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen, weil das einfach perfekt passt. Und ich bin immer noch ein bisschen überrascht, wenn es denn dazu kommt, dass es keine größeren Klubs gibt, die da auch zuschlagen wollen. Muss ich ehrlich sagen. Denn mit der Saison, die der 24-Jährige spielt, würde ich ihn auch schon bei kleineren Bundesligisten oder zumindest bei wirklich ganz klaren Aufstiegsaspiranten sehen. Aber anscheinend hat Hannover das Rennen gemacht, wie man hört. Und zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen ist der Transfer nämlich noch nicht fix. Vielleicht wird es ja in den nächsten Stunden schon was. Aber man muss auch dazu sagen, bei so einem Transfer zeigt auch wieder die Qualität von Sportdirektor Markus Mann bei verschiedenen Transfers. Denn Besuschkopf ist zudem auch noch der perfekte Spielertyp für Leitels System. Als zweite Verstärkung fürs Mittelfeld habe ich einen Spieler gefunden, der zum einen Erfahrung mitbringt und vor allen Dingen aber auch ablösefrei zu haben ist. Und das ist Lukas Rupp. Der ehemalige Bundesligaspieler spielt bei Norwich City in der Premier League. Und sowohl für den Verein als auch für ihn selbst war es ja wirklich keine gute Saison. So, Norwich steigt wieder ab und Rupp stand gerade mal 17 Mal auf dem Feld. Einsatzquote war unter 25 Prozent. Also er hat nicht mal jedes vierte Spiel gemacht. Also schon wirklich extrem wenig gespielt. Deswegen ist ein Abgang auch sehr wahrscheinlich. Da glaube ich nicht an der Vertragsverlängerung. Und ein Wechsel in die zweite Liga halte ich auch für gar nicht mal so unrealistisch. Klar, er ist ein Premier League Spieler. Vor allem auch vom Gehaltsniveau her. Da muss er natürlich Abstriche machen. Aber von seinen Fähigkeiten her sehe ich ihn eher im oberen Bereich der zweiten Liga als im unteren der Bundesliga. Natürlich gibt es vielleicht auch da generell aber auch Interessenten mit höheren Ambitionen. Aber auch Rupp bringt genau das Profil mit, im Mittelfeld auch sogar auf allen Positionen weiterhelfen zu können. Oftmals ist es ja so, dass ein neuer Trainer auch ein paar Spieler von den Klubs mitbringt, von denen er kommt. Und das kann auch bei Stefan Leitl wohl sehr, sehr gut passieren. Gerüchte um Howard Nielsen gibt es ja bereits schon länger. Und auch der Name Brandimir Rogota geistert ja um die HDI-Arena. Und Rogota ist nämlich auch genau der Stürmer, der den Angriff von 619 nochmal deutlich verstärken würde. Unter Leitl hat er sich ja generell auch schon zu Zweiliga-Zeiten extrem stark entwickelt. Hätte ich ihn auch nicht gedacht, weil ich Rogota noch von Frankfurt, von Gladbach kenne. Und ihn da nie so wirklich gut fand. Und bei Fürth wirklich tolle Entwicklung genommen. Und auch in der Bundesliga-Saison, wir wissen ja alle, Fürth ist relativ sang- und klanglos abgestiegen. Kommt er auf 9 Tore und 6 Vorlagen. Das ist schon eine richtig gute Quote. Also wenn was ging, bei Fürth dann wirklich nur über Rogota. Der 29-Jährige ist ja zudem auch erfahren genug für so eine Zweitliga-Mannschaft, die auch relativ neu zusammengestellt sein wird. Kennt Leitl-Systeme und auswendig. Wäre aber wohl noch nicht ganz günstig zu haben. Market liegt bei 2 Millionen Euro. Generell will wohl Fürth auch gerne so eine Summe haben. Aber wohl möglich wird es gar nicht an Fürth scheitern können. Denn laut Medienberichten gibt es wohl eine Ausstiegsklausel, die ein bisschen auch darunter liegt und bei Abstieg greift. Und dann wäre es für alle Beteiligten ein perfekter Deal. Also ihr merkt schon, ich habe jetzt nicht vielleicht die kreativsten Spieler für 96 gefunden. Man muss aber auch dazu sagen, das liegt an Markus Mann. Er macht wirklich gute Arbeit. Er hat jetzt schon mit Besuchkov einen Transfer wohl möglich fix, der echt stark wäre. Mit Neumann einen wirklich guten rechten Verteidiger hinzugeholt und so weiter und so fort. Das hat schon alles Hand und Fuß. Deswegen muss er auch gar nicht auf verrückte Namen kommen. Weil das Spannende ist nämlich eher, wie man dann dieses neue Konstrukt zusammenstellen wird. Und deswegen gucken wir mal auf eine mögliche erste Elf von Hannover 690 unter Stefan Leitl. Und das eben im angesprochenen 4-3-1-2-System. Wir sehen im Tor natürlich Ron-Robert Zieler als klare Nummer 1. Weinkauf wäre dann wohl möglich meine Nummer 2. Natürlich ist ab da die Frage, mit welchem System spielt man. Leitl, wirklich klarer Verfechter von diesem System, ist ja eine Art von einer Raute im Mittelfeld. Sozusagen ein 4-4-2. Aber mit dem Kader kann man auch dann richtig gut ein 3-5-2 spielen. Also eine Dreierkette, offensive Außenverteidiger, Doppel-6, ein Zehner und eben eine Doppelspitze. Auch das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber wir blicken hier jetzt mal auf eine Viererkette. Wo dann Muroja auf rechts gesetzt wäre. Neumann müsste sich dann hinten anstellen. Bei einer Dreierkette könnten beide spielen. In Verteidigung Börner ganz klar gesetzt. Daneben dann mit Kreinsch und Jekyll. Ein sehr, sehr enges Duell. Lampdi als weiteren Backup. Und links Jamilo Collins, potenzieller Stammspieler. Da könnte es ja auch noch zwei Zugänge in Summe geben. Eben mit einem Stammspieler plus einem Backup. Da gab es auch schon mal Gerüchte um Brooklyn Issey als Backup. Auf jeden Fall okay. Aber es gibt ja auch noch Yannick D. Eigentlich rechter Verteidiger könnte dann auch auf links als Backup dienen. Auch Kreinsch kann er da spielen. Also dann wäre ich auch da ungefähr zufrieden. Auch mit der Kaderbreite. Dann ist halt die spannende Frage, wen pickst du dir aus dem Mittelfeld raus? Weil da hätten wir wirklich, ähnlich auch schon wie in der Abwehr, einen richtig guten Konkurrenzkampf. Und ich finde, dass der sogar noch ein bisschen fehlt. Und der das Team auf jeden Fall nochmal wirklich gut tun könnte. Und das sehen wir hier auch. Fabian Kunze, der ja schon offiziell ist. Kommt ja von Arminia Bielefeld. Sehe ich aktuell sogar eher in der Startelf als Ondua. Vor allen Dingen, wenn man nur mit einem klassischen Sechser spielt. Sehe ich da eher Kunze. Ondua, der an sich ja wirklich eine gute Saison spielt. Muss da auf jeden Fall dann in den Konkurrenzkampf gehen. Vielleicht wird er noch verkauft, wenn das Angebot stimmt. Wenn nicht, hat man da zwei wirklich richtig gute Leute. Und das sehen wir ja auch auf der rechten Halbposition. Habe ich jetzt mal Besuchkov hingeschrieben als Stammspieler. Und Lukas Rupp sogar nur als Backup. Das zeigt einfach, dass es da noch eine richtig gute Ausfallette ist. Sebastian Ernst, der auch Stefan Leitl kennt. Der das System 4-3-1-2 in- und auswendig kennt. Wäre hier jetzt mein linker Mittelfeldspiel. Wenn man das mal sagen möchte. Kann aber auch genauso gut auf der 10 spielen. Da sehe ich aber von den Fähigkeiten eher Sebastian Kerk. Mit Leopold hat er noch einen jungen Neuzugang geholt. Von Freiburg aus der zweiten Mannschaft. Den ich dann eher als Backup sehe. Und Sebastian Stolze wäre halt jetzt hier in dem System nicht perfekt untergebracht. Weil er halt eigentlich Flügelspieler ist. Deswegen habe ich den jetzt mal als Backup sozusagen für Kerk dahin geschrieben. Weil er auch theoretisch vielleicht auch das spielen kann in dem System. Sonst vielleicht auch in der Doppelspitze funktionieren wird. Weiß ich nicht. Da muss man dann sicherlich nochmal nachgucken. Und die Doppelspitze, die sehe für mich sehr, sehr gut aus. Wir haben ja noch gar nicht über Maximilian Bayer gesprochen. Da gehe ich von aus, dass die Leie verlängert wird. Weil es einfach für alle Sinn ergeben könnte. Und vor allen Dingen in dem System von Leitl er nochmal besser funktionieren kann. Ohnehin spielt er eine richtig gute Zweitliga-Saison. Aber ich finde, Maxi Bayer gehört in eine Doppelspitze rein. Und mit Rogota zusammen, das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen. Dahinter haben wir noch mit Teuchert und Weidand zwei verschiedene Stürmertypen. Um auch da eine gewisse Kaderbreite zu haben. Und ich finde, wenn man sich diese RS-11 anguckt, sieht man schon das Potenzial dazu, dass da was entstehen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht die Top 3, nicht die Top 5 Aufstellung der zweiten Bundesliga. Aber wenn das gut harmoniert, kann da schon was entstehen. Also, es gibt mal wieder einen Umbruch in Hannover. Aber erneut habe ich auch da ähnlich wie vor allem ja ein gutes Gefühl. Weil das Konstrukt, was man sich vor allem ja schon geholt hat mit eben Leuten wie Keag, Bayer oder Ernst, das stimmt. Und darauf kann man aufbauen. Vor allem aufgrund der Trainerwahl sowie den ersten Transfers glaube ich auch daran, dass sich da was Gutes entwickeln kann. Zumindest, wenn man aus Fehlern gelernt hat. Was mir halt immer bei Hannover um den Sack geht, sind öffentliche Äußerungen von Martin Kind zu Transfergerüchten, zu Trainergerüchten. All sowas brauchst du einfach nicht. Man muss einfach Markus Mann wie auch Stefan Leitl arbeiten lassen. Und dann kann auf jeden Fall was passieren. Was aber auch klar ist, es müssen noch weitere Spieler her. Ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig. Und zudem Schlüsselspieler halt wie Maximilian Bayer gehalten werden. Und dann kann auch sicherlich nächstes Jahr schon deutlich mehr erreicht werden als nur der Abstiegskampf. Da bin ich mir sicher. Ob man das schon in der kommenden Saison ins obere Tabellendrittel schafft, da bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Das ist sicherlich noch fraglich. Aber spätestens zur Saison 23, 24 kann man mit diesem eingeschlagenen Weg auch Erfolg haben. Und jetzt seid abschließend noch ihr gefragt. Welcher meiner fünf Transfers passen am besten zu Hannover? Welchen Spieler sollte Markus Mann laut euch noch auf der Liste haben? Und dann könnt ihr nochmal gerne weitere Teams in die Kommentare schreiben, wo ich auch mal nach neuen Spielern scouten soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.